Ich kann zur Zeit einfach am besten ausdrücken, was mir auf dem Herzen liegt mit diesen Figuren. Und das ist ja was sehr Grundlegendes, die Figur, der Kopf und Körper und sehr existenzielles und formal und inhaltlich auch sehr dicht mit Augen, Nase, Mund, Lippen, Händen und da kann man eine Malerei viel machen. Aber die gleiche Dichte habe ich ja auch immer versucht zu erreichen in den abstrakteren Bildern und den Objekten. Und mir ist auch wichtig, dass es hier nichts, irgendetwas abgelöst hat, sondern die Übergänge sind mir auch wichtig. Die Figuren haben ja auch oft was sehr Objekthaftes. Diese Figuren und Köpfe sind generisch und folgen keinem besonderen, konkreten Vorbild. Ich male einfach diese Köpfe und versuche eine Emotion oder einen Gefühlszustand oder eine Atmosphäre zu transportieren. Aber trotzdem, wenn man jetzt hier in der Ausstellung sieht man vielleicht auch, dass sie doch im Endeffekt sehr eigenständige Identitäten haben. Also sie sind ja doch unterschiedlich in ihrem Charakter. Die entstehen allermeist durch vorhergegangene Bilder, die schon existieren. Oder ich sehe eine kleine Skizze, fällt mir ins Auge und mache daraus dann ein Bild. Und ja, ab und zu gelingt das Bild ziemlich schnell. Aber meistens muss ich schon weiterarbeiten und teile oder das Ganze übermalen. Meistens teile und dann suche ich kleine Elemente aus, die so bleiben sollen und die ich weiterentwickeln kann. Die Praxis ist ja auch meistens schlauer als man selbst mit den rationalen Gedanken und den Plänen. Und dann muss man eben darauf reagieren, was passiert im Prozess, dass das Bild seinen eigenen Sinn bekommen kann. Und ja, es gibt ja auch immer eine Lösung in solchen Bildern. Manchmal denkt man, wie geht's weiter, wie geht's weiter. Aber es gibt immer eine Lösung und man muss nur mit allen Mitteln arbeiten, die zu finden. Und manchmal so seine seine rationale Logik irgendwie austricksen, dass man das findet. Ja, zum einen sind die Bilder, denke ich, sehr präsent im Raum und dringen eher nach vorne, nach außen, als dass sie so ein Fenster bilden, in das man sich so reinschauen kann durch ihre Materialität. Vielleicht, man denkt immer, man könnte die auch so gut anfassen und sind sehr haptisch. Aber vermutlich sind das ziemlich weiche Formen. Also sie sind oft so etwas Wattiges, Aufgeblasenes, Aufgeplüstertes dargestellt, was man auch bei meinen Skulpturen ja vielleicht sehen kann. Das sind diese soft, diese ausgestopften Stoffe. Und auch die Farbe, die Ölfarbe an sich ist ja was weiches und knetbares. Und das fände ich eigentlich auch schön, wenn man das an den Bildern sieht. Hellblau, hellrosa, aber auch rot und schwarz sind schon immer die Farben, in denen ich am liebsten male. Und am besten glaube ich auch. Und damit kann ich vermutlich auch am besten ausdrücken, was ich gern sagen möchte. Weil bestimmte Farben sind ja auch mit bestimmten Emotionen verbunden. Und ja, hier gibt es eben auch diesen hohen Kontrast zu dem dunklen Hintergrund oder dunklen Raum. Diese dunkle Atmosphäre hat mich auf jeden Fall auch gereizt. Und da musste ich auch an diese Black Paintings von Goya denken, der so schön Leben und Tod in seinen Bildern vereint und so eine eigenartige, karikaturhafte Art hat, dieses Grauen darzustellen. Und das würde ich auch gern in meinen Bildern erreichen. Hier sind die Nighthawks eben zum einen die Porträts, die Personen vor den sehr dunklen Hintergründen, den dunklen Räumen. Und die sind ja auch so fast erleuchtet oft. Ich fand diese Metapher der Nacht und der Nighthawks auch schön auf die Bilder an sich gesehen. Da die Nacht ja sowas Wunderschönes und Bezauberndes ist und Vielversprechendes, aber auch undurchdringlich und gruselig manchmal in der Nacht. Entweder wir schlafen und träumen und sind dann ganz weit weg. Oder wir sind wach und sehen aber trotzdem nur kleine Teile. Die Nacht ist ja auch so ein Versprechen von Freiheit und ist von vielen Möglichkeiten von Leben. Ja, das ist eben hier ein Kopf eingefroren in einem sehr großen Eiswürfel. Und ja, das war davor auch mal ein klassischeres Porträt. Und dann habe ich ihn weitergearbeitet und dann diesen Eiswürfel da rumgesetzt. Und so ist es jetzt dieser Kopf und man fragt sich dann wahrscheinlich, wie ist der Kopf da reingekommen? Wurde ihm Gewalt angetan oder hat er sich selbst da rein manövriert? Und der muss sich wahrscheinlich taub anfühlen und vielleicht hat er keine Gefühle mehr und keine Sehnsüchte. Vielleicht kann er aber auch wieder aufgetaut werden und vielleicht wünscht er sich Wärme. Ja. 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 Ja.